Was ist das denn? Verdachtskündigung, was soll das denn sein? Ach, sowas kann es doch im Leben nicht geben, so ein Schmarrn. Doch, Vorsicht Leute, Verdachtskündigung, das gibt es. Im Arbeitsrecht genügt im Zweifel der dringende Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung und ich kann als Arbeitnehmer gekündigt werden. Ganz so einfach ist es nicht. Der Arbeitgeber muss mich schon vorher anhören, mündlich oder schriftlich, und mir die Möglichkeit geben, den Verdacht auszuräumen oder aufzuklären. Und natürlich muss auch der Betriebsrat beteiligt werden. Und Achtung, dem Betriebsrat müssen nicht nur die belastenden Aspekte vorgetragen werden, sondern auch alles, was mich entlastet. Ansonsten ist es keine ordnungsgemäße Betriebsratsanhörung. Das und noch viel mehr lernt ihr bei der WAF.